In diesem Video zeige ich dir, wie du deine Präsentationsfolie zu qualitativ hochwertigen Videos umwandeln kannst, die Spass machen und die man gerne schaut. Wenn du mit Powerpoint schaffst, musst du je nach Version noch das Office 365 aktivieren, für einen Morph-Übergang und für einen Video-Export. Ich stelle dir jetzt drei Formate vor. Ein kurzes, kompaktes Video von 3 bis 4 Minuten. Ein Video Lecture von 5 bis 25 Minuten. Und ein Powerpoint Karoge. Bei der Video Lecture präsentierst du die Folie so, wie sie sonst auch präsentieren. Es ist also ganz nahe an dem, was du sonst auch machst. Beim Erklärungsvideo brauchst du einen knappen und knackigen Text. Da lohnt es sich natürlich, wenn du das zuerst aufschreibst und ein bisschen schliffst, dass es dann wirklich aussitzt. 3 bis 4 Minuten Film sind etwa 300 bis 500 Wörter. Das Resultat ist ein frisches, kurzes Video, das auf die unterschiedlichsten Arten brauchst. Powerpoint Karoge ist, wenn jemand deine Powerpoint einliest, die die Folie vorher noch nie gesehen hat, oder sich auch mal nicht damit auskennt. Wenn das gut gemacht ist, ist es noch viel fetziger als alles, was du über deine Folie erzählen kannst. Jetzt kommen wir zu drei Punkten, die zeigen, wie du deine Folie machst. Produktversprechen, Animation und Inspiration. Jedes Video sollte mit einem Produktversprechen anfangen. Warum schaut man das Video und was kannst du nach dem Video? Das hilft, dass man dran bleibt und auch wirklich aktiv zuhört. Eine super Sache für die Animation ist der Morph-Übergang von Powerpoint oder die Zauberei bei Apple Keynote. Morph macht einen flüssigen Übergang zwischen Objekten, die auf der aktuellen und auf der nächsten Folie vorkommen. Kannst du auch zoomen, Sachen hervorheben, Sachen neu ordnen oder auch Buchstabenweise überblenden. Inspiration findest du bei YouTube-Kanälen wie SimpleClub oder Merkhilfe. Die meisten Videos auf diesen Kanälen sind Folieanimationen. Dort siehst du, wie man Videos macht, die nicht aussehen wie Powerpoint, aber eigentlich Powerpoint sind. Und jetzt stelle ich dir noch drei Arten vor, wie du den Ton aufnehmen kannst. Am einfachsten ist es, wenn du im Folieprogramm auf Präsentation aufzeichnen klickst. Dann kannst du nämlich durch deine Präsentation durchklicken und dabei reden. Alles wird aufgenommen und zack, kannst du es als Film exportieren. Wenn du den Ton separat aufnimmst, dann ist es ein bisschen entspannter und du kannst es von Profis aufnehmen. Dann musst du halt die Tonspur im Schnittprogramm zusammenschneiden, aber das ist nicht wirklich schwer. Wenn du Text und Bilder gleichzeitig aufnimmst, dann kannst du es als Talking Head machen. Und wie du siehst, es wird nochmal ein bisschen persönlicher. Also, mach tolle Videos, hol dir nette und kompetente Leute dazu, die dir helfen, deine Message auf eine gute Art und Weise zu präsentieren. contexto abstinente Zeit